Norddeutscher Rundfunk 2021 Drei Uhr nachts, ich kann nicht schlafen, alles tut weh. Vor ein paar Stunden bekam ich die Prügel meines Lebens. Wie konnte es so weit kommen? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das bin ich, Martin. Ich bin wohl das, was man in der Szene einen Fitnessboxer nennt. Das unterste Level im Boxsport. Eine Zeit lang hat mir das gereicht, als Ausgleich zur Büroarbeit. Aber jetzt will ich mehr, ich will richtig in den Ring. Boxtempel im Berlin-Weißen See. In sieben Tagen will ich hier das Kämpfen lernen und am Ende gegen einen echten Gegner antreten. Kalter Schweiß. Herbes Sportdeo. 30 Euro Monatsbeitrag. Kein Ort zum Urlaub machen. Ich bekomm Schiss. Ja, geht so, ey. Diese Hand bleibt hier oben. Die ist am Kopf und die wedelt nicht. Und jetzt haust du dich im Körperhaken. Tag eins. Grundlagentraining. Lass sie nur fallen. Raus, fallen lassen und wieder zu. Aber stabil stehen. Uwe, mein Trainer, der war mal im Knast. 18 Monate Moabit. Mach langsam. Er sucht mir einen Gegner für den Ring. Eins, runter, jetzt. Ja, runter, die. Sehr schön. Und das ist Lukas, Profiboxer. Uwes große Hoffnung. Mit ihm zusammen werde ich mich vorbereiten. Nochmal, ja. Uwe und Lukas trainieren jeden Tag. Ihr Ziel, Weltmeister werden. Und dann, Zitat Uwe, Eierschaukeln. Fünf. Fünf. Sechs. Fünf. 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 Eins. Zwei. Jawohl. Eins. Zwei. Zubleiben. Schön locker. Nimm die so. Jawohl. Kinn runter. Leber. Da ist die Linke oben. Und Granate. Oh Mann. Ich fühl mich grad mega peinlich. Nö. Jeder, der im Ring steht. Und andererseits trau ich mich gar nicht, dir das zu sagen. Weil dann zeig ich ja Schwäche. Nee, das ist das nicht. Dann bist du ja ehrlich. Ist mir tausendmal, tausendmal lieber. Mir ist tausendmal lieber, wenn du mir sagst, du hast Angst. Als wenn du das nicht mir nicht sagst. Eins, zwei. Zwei Zehner rausgeschlagen haben sie mir hier. Da hab ich n Köhl ins Gesicht gekriegt. Okay, das war nicht während des Boxes? Nee, nee, das ist Straße. Also meine Kämpfe, die meisten hab ich auf der Straße. Nicht im Ring. Wieso hast du da n Köhl ins Gesicht gekriegt? Beim Billardspielen. Auseinandersetzung. Boah, das sieht aber übel aus, ey. Ist das öfter passiert? Ja, jeden Tag. War nicht jeden Tag, aber das war normal für mich. Für mich war normal jeden Tag Stress. Ich war ja 28 Jahre jede Nacht in Berlin unterwegs. Jede Nacht. Außer ich war mal im Urlaub. Oder im Knast oder im Krankenhaus. Hast du selber im Rotlicht gearbeitet? Ja. Arbeiten lassen, sagen wir mal so. Aber ist ja auch ein Job, wenn man arbeitet. Ich hab auch ne Straße gehabt, nach zehn Jahren. Also ich hab mich schon hochgearbeitet. Im Rotlicht. Als Lude angefangen. Und was heißt, du hast arbeiten lassen? Na, Frauen anschaffen schicken. Und dann war ich halt drinne. Im Rotlicht. Und das war so schön, da wollte ich nicht mehr raus. Wenn du jeden Tag einen Tausender verdienst. Aber ich fand das damals auch sehr spannend. Ich war schon immer so ein Typ. So ein Adrenalin-Junkie auch als Kind. Mich konnte man nicht stoppen. Krass, Alter. Das sind meine Eltern. Guck mal her. Meine Älties, Junge. Meine Mutter. Hochzeitsbild. Mein Vater, meine Mutter, meine Oma, meine Uroma. Zu wem hattest du ein engeres Verhältnis? Zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Meine Mutter. Mein Vater ja nicht. Vor allem meinen Vater hab ich nicht viel. Außer das Aggressive vielleicht. War er aggressiv? Ja. Ja, wirklich. So, dass ich davon heute einen Schaden, glaube ich, habe. Also ich kann das nicht, ich kriege die Sachen nicht raus, so wie er damals mit meiner Mutter umgehangen ist und so. Und so bin ich dann auch irgendwann zum Boxen gekommen. Das war auch ein Grund. Die Gewalt deines Vaters war ein Grund, warum du zum Boxen gekommen bist? Ja, weil ich mir immer gewünscht habe, wenn ich größer bin, dann kann ich mich endlich mal wehren, um Mama zu beschützen. Was ist das? Fast alle Geschichten aus Uwes Leben haben etwas Tragisches. Gewalt ist immer Thema. Mir ist diese Welt fremd. Ich bin hier nur Tourist. Zu Besuch im Milieu. Wie lange geht das gut? Luft drin, bewegt dich. Und jetzt schon wieder ein Leck. Denk dran und so eine Leck-Arche-Führstimmung kriegen. Hier ist alles scheißegal. Auch wenn du jetzt tot umfällst, ist es hier scheißegal. Sterben tust du so oder so. Viel geiler im Ring zu sterben, als du im Krankenhaus. Noch vier Tage bis zum Kampf. Merkste, dass ich drücke? Jetzt sind drei. Geh vorwärts. Geh vorwärts. Vorwärts. Ein, zwei. Ein, zwei. Und? Wie war's? Ja, mega hart. Nach dem dritten Training. Meine Beine tun halt krass weh. Es wird halt immer härter. Uwe zieht an. Ich frag mich manchmal wirklich, warum tust du dir das an? Ich mein, du machst das ja jeden Tag. Wieso machst du das? Na ja, also ganz klar ist ja, ich will auf jeden Fall Weltmeister werden, damit ich mein Leben lang nicht mehr arbeiten muss. Das ist ja ... Guck mal, jeden Morgen steh ich auf. Jeden Morgen um sechs Uhr und geh arbeiten. Mhm. Und dann denk ich mir, ich hab keine Lust, mein ganzes Leben lang so doll zu arbeiten, für so wenig Lohn. Für so normales Leben ... hab ich keine Lust zu. Mhm. Und da hab ich ja eigentlich schon seitdem ich 14 mit Uwe so viel baut. Also seitdem ich ja Uwe kenne im Bereich 14 Jahre, hab ich ja ja angefangen mit Boxen. Das war auch der Grund, warum ich angefangen mit Boxen, wegen Geld eigentlich. Meine Mutti hatte Schulden und ich bin zu Uwe gegangen, und dann hat er mich gefragt, warum wir zu Boxen. Dann hat er gesagt, ich will irgendwann so viel Geld verdienen, dass ich meine Mutti Schulden bezahlen kann. Und dadurch, dass Uwe so ein Muttersehnchen ist wie ich, hat das ja gefruchtet. Ja, da hast du aber die Messplatte in deinem Leben ganz schön hochgesetzt. Was machst du denn, wenn der Plan nicht aufgeht? Also das ... Was machst du dann so? Wir schauen, was drauf wird. Wenn's nix wird, dann ist das für mich auch okay. Wenn ich mein Ziel nicht schaffe, ist das für mich okay, weil ich weiß, ich hab dafür alles reingesetzt. Ich hab wirklich alles investiert. Ich vernachlässige meine Freunde in jeder Zeit. Meine komplette Freizeit. Mal dieses Gammeltag. Ich mach jetzt gar nix. Das mag ich ja alles nicht. Ich mag jeden Tag arbeiten, jeden Tag zum Sport, weil ich mir denke, jetzt oder gar nicht. Ist das der Preis denn, oder? Das ist der Preis. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, der Preis für deinen Erfolg ist die Einsamkeit. Da hat er zum Teil sogar recht. Weil man viel alleine ist. Obwohl ich ja mit Uwe zusammen ganz eng bin. Und ich bin ja auch nie alleine, theoretisch gesehen. Aber trotzdem, manchmal denkt man, ist man schon auf eine Art ein bisschen einsam. Aber das ist normal. So ist das Leben, ne? Spielbank Berlin, Boxgala all in. Kräftemessen in verschiedenen Gewichtsklassen. Auf diesem Level müssen sich die Boxer erst einmal reinkaufen. Erst mal überhaupt stattfinden in der Szene. Gesehen werden. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Heute Abend hat Lukas seinen fünften Kampf. Er hat 800 Euro dafür bezahlt. Wenn Lukas heute gewinnt, steigt er in der Rangliste auf. Damit er irgendwann nicht mehr bezahlen muss, sondern kassiert. Aus Berlin, Lukas Paschkowski. Aus Berlin, Lukas Paschkowski. Da hast du ihn gehabt, ja? Lukas. Leber zu. Lukas, bleib lang. Bleibst du lang, Lukas? Der gibt jetzt Gas, ja? Drei Schläge schon verpasst, jawoll. Halt mit. Letzten 30. Komm, Luki. Sehr schön. Ja, bleib doch dran. Und hier das Otter. 760 zu 54. Lukas Paschkowski, von Kastnamen, Berlin und Rotrenge. Vielen Dank, Otterra. Auch bei Praktik Renke. Kastnamen, Berlin und Rotrenge. Kastnamen, Berlin und Rotrenge. Beim Kampf in der Spielbank habe ich deine Tattoos gesehen. Was haben die für eine Bedeutung? Welche meine ich jetzt direkt? Wahrscheinlich den Adler. Ich meine den Reisadler, ja. Der hat mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Warum? Für mich ist das ein Nazi-Tatto. Nee, nee. Also ... Finde ich nicht, weil der provoziert. Ist ein provokanter Adler. Echt, du würdest provozieren mit dem Reisadler? Ja, auf jeden Fall. Ich mag im Mittelpunkt zu stehen. Und ich finde es interessant, wenn man mich erst mal sieht und den Adler sieht, denkt man gleich, oh Gott, das ist ein Assi. Der ist auf jeden Fall ein Nazi. Ja, ich dachte erst in dem Moment, boah, okay. Könnte schwierig werden, dass wir den Film mit dir machen. Ja. Wenn du ein rechtes Gedankengut hast, kann ich das auch nicht vertreten. Dann kann ich dich auch nicht sympathisch finden. Ja, verstehe ich. Nee, das war auf gar keinen Fall, weil ... Ich hab einen Ziehvater gehabt, der kam aus der Elfenbeinküste aus Abidjan. Da war ich zwei oder drei Jahre alt. Mit dem bin ich aufgewachsen. Deswegen hab ich im Frühjahr gar nicht gesehen, schwarz. Ich wusste nicht, was das ist. Verstehst du nicht? Deswegen hab ich auch kein Hakenkreuz, weil ich vertrete ja nicht die Meinung von mit dem Hakenkreuz zusammen mit dieser Verbindung. Das ist ja gar nicht das, was ich denke. Ja. Ich find's trotzdem nicht geil, aber es ist halt deine Entscheidung. Ja. Als ich gesehen hab, wo er mit dem Adel angekommen ist, zum Training nächsten Tag. Da bin ich fast aus der Latschen gekippt. Zumal er sich ja mich als Vorbild genommen hat, ja. Mit den Tattoos. Das hat ja klein angefangen. Er hat ja hier das erste Tattoo an den Fingern gehabt. Aber wo ich das gesehen hab, dachte ich mir, holy moly, Junge. Wie kriegen wir das weg? Eine Woche später hatte ich auch schon einen Sponsor, den tausend halten, wo wir das Ding wegkriegen. Lukas will das Ding aber behalten. Seine Entscheidung. Rennbahn Hoppegarten. Ein Ausflug in Uwes goldene Zeiten. Also, ich hab das Geld gehabt, mir alles zu leisten. Ich konnte mir einen Pferde kaufen, wie ich wollte. Ich hab mir für 100.000 Euro einen Pferde gekauft. Ich krieg ja ein bisschen Wehmut, wa? Kriste, ja? Fehlt dir das doch ein bisschen? Na, ich könnte ja sofort. Aber ich hab einfach keine Zeit dafür. Ich muss mir mal die Zeit nehmen. Hm, wie das hier duftet. Na, ich lass so halb offen. Na, komm, Martin. Na, komm, Martin. Auf der Rennbahn hab ich, ich weiß nicht wie viel, aber eine halbe Million hab ich hier bestimmt gelassen. Reicht ja nicht. Wofür für Pferde? Vom Ding hab ich immer weggerannt von dem Nachtleben. Dann hab ich hier mein Leben geführt, mein Traum. Und nachts auf der Straße hab ich mein Geld verdient, womit ich meinen Traum erfüllen konnte. Ist ja komisch, ja. Wie viel Zeit hast du hier verbracht in der Woche? Jeden Tag. Auch Nächte. Jede freie Minute, die ich hatte, war ich im Hoppegarten. Ja. Und abends dann direkt vom Hoppegarten auf die Straße? Direkt zum Straßenstrich, dann ging die Straße los. Ich war ja auch nicht stolz drauf. Ich bin da rin gerutscht und hab halt eine Menge Knete verdient. Das war für mich Fakt. Im Nachhinein seh ich's auch ein bisschen anders. Ich versteh nicht so ganz, wenn du sagst, das hast du jetzt auch öfter ja schon erwähnt, du warst nicht stolz darauf. Warum hast du das nicht einfach gelassen? Weil ich damit so viel Geld verdient habe, dass am Ende das Geld gesiegt hat, ja. Ist echt so. Wenn du jeden Tag einen Tausender verdienst, und normalerweise gehst du dafür arbeiten einen Monat. Frag mal einen Drogendealer, warum er Drogen vertickt. Das sind auch die Drogen. Der weiß genau, dass er Scheiße baut, aber der vertickt die Drogen. Weil er damit Knete verdient. Das verstehe ich ja auch. Aber am gewissen Punkt ist es ja auch eine Gewissensfrage. Ja. Da hast du dich ja immer für das Rotlicht entschieden. Wie gesagt, ich hab ja auch nie jemanden gezwungen. Und damals, das war eine andere Zeit wie heute. Das war, die waren friedlicher, die Zeiten. Also die sind von Jahr zu Jahr immer schlimmer geworden, aber zu meiner Anfangszeit waren nicht friedliche Zeiten im Rotlichtmilieu, da waren wir untereinander. Da war kein Theater. Das war auch gerade zur Wende, ja. Und wie ist es heute im Rotlicht? Na, heute haben wir ja nur noch... Ausländer, das sagen. Gibt ja kaum noch Deutsche. Also daraus erschließt du mir jetzt noch nicht so das Problem, ne? Also Ausländer, Deutsche... Ist es gewalttätiger geworden? Genau. Viel gewalttätiger. Zu meiner Zeit hat man alles noch mit der Faust geklärt. Da hast du heute Glück, wenn einer nicht das Messer zieht. War dir das irgendwann auch zu viel? Also diese Gewalt? Also war das irgendwann auch für dich nicht mehr so ganz kalkulierbar? Und die Gefahr oder die Angst, dass du vielleicht auch irgendwann mal da nicht lebend aus der Nacht kommst? Hab ich nie drüber nachgedacht. Ich hab auch keine Angst, also von... Daraufher hab ich ja trainiert. Für Uwe und Lukas ist Boxen mehr als der Kampf gegen einen Gegner. Es ist auch ein Kampf gegen die eigene Vergangenheit, die inneren Geister. Boxen gibt ihrem Leben Struktur. Hier. Und ich? Ich suche die Antwort, was Boxen mir eigentlich gibt. Noch zwei Tage bis zum Kampf. Und locker, locker, locker. Ganz locker. Ganz locker. Mach langsamer. Geh vorwärts. Geh runter. Aber dann merkst du jetzt schon, Martin, wenn du kämpfen solltest, was dich ausbremst. Die Luft. Du gibst dich zu schnell auf. Und beim Laufen schon, guck mal, beim Laufen hast du doch nicht mal einen Gegner. Als Boxer auf die Fresse kriegst du so oder so. Machen Sie alles richtig? Wir sind noch nie fertig mit Trainings. War nur Pratzen. Jetzt kommt Sandsack. Ich komm gleich. Ja? Gib mir mal eine Minute, ja? Ja. Ich bin jetzt zwei. Oh. 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 Stell dir mal vor, du kriegst so einen Prügel. Nach der Woche können wir auch noch mal in die Kneipe gehen. Aber ich glaube, mit dem Kämpfen ist echt schwer. Also mach dir jetzt keine Gedanken, aber das ist weit weg vom Kampf. Also würde ich mich da richtig in Gefahr begeben, wenn ich das machen würde? Ja, hundertprozentig. Sonst hätte ich dich kämpfen lassen. This is the path of my destiny. Wir einigen uns auf einen Trainingskampf gegen Lukas. Ein Sparring. Morgen früh. Ich bin ja grad so ein bisschen enttäuscht, ne? Ich hatte ja mir echt schon erhofft, am Ende der Woche irgendwie mal einen Kampf zu haben. Und jetzt gerade so ein bisschen so die bittere Realität, dass das irgendwie überhaupt nicht drin ist. Das ist irgendwie schon so ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Also ich denke eventuell, dass das normal ist, dass du dann da ein bisschen enttäuscht bist, weil du ja so eifrig jetzt trainiert hast und das nicht klappt. Aber hast du am Anfang denn gedacht, ja vielleicht wird das ja was so? Also vielleicht wird der Martin ja wirklich am Ende irgendwie einen Kampf machen können oder? Nee. Nee, nee. Okay. K.O. Du hast dich auf jeden Fall besser angestellt, als ich gedacht hätte oder gedacht habe. Aber das müsste eigentlich theoretisch gesehen, wenn du ein Kämpfer wärst, dich anspuren noch mehr zu machen. Aber wir machen ja so ein bisschen Sparring, ne? Ja. Okay. Das ist doch so wie ein Kampf für dich. Da kannst du voll zu lang. Ja? Ja, musst du auch. K.O. Die Welt von Uwe und Lukas kann man zu Fuß ablaufen. 450 Meter vom Boxclub entfernt, die Diskothek Harmonie. Am Wochenende hat Lukas hier einen Nebenjob. Türsteher. Ich versteh die Stressmacher hier. Wenn jemand Stress macht, dann sag ich, ich versteh dich. Ich versteh ihn wirklich. Wenn ich betrunken bin ich auch Stress. Das war in meiner Zeit, so hab ich auch gemacht. Und deswegen kann ich mich, glaub ich, gut hineinversetzen. Uwe sicherlich auch. Aber hast du hier schon Stress gehabt? Äh, ja. Ja, aber hält sich alles in Grenzen. Also ich musste hier noch keinen wegkloppen. Wofür auch? Also bringt mir sowieso keine Punkte, wenn ich da einen wegschieße. Aber ... Ist ja kein Boxring, ne? Richtig. Das hab ich ja schon gehabt allerzeit. Hast du schon mal Ärgerung der Polizei? Ja, viel. Ich bin halt verurteilt worden wegen schwerer Körperverletzung. Widerstand wegen der Staatsgewalt und ... Schwerer Körperverletzung? Darf ich die Frage genauer lesen? Ja, da gab's leichte Komplikationen, wie hier zum Beispiel im Club. Leichte Komplikationen? Schwerer Körperverletzung passt ja nicht zusammen, ne? Ja, wie gesagt, da war ich halt auch besoffen und ... Ja. Aber was hat dich da von so Straßenschlägereien weggemacht? Ja, das Boxen. Dann. Mit Uwe zusammen, das Boxen. Ich bin einfach vom Kopf her reifer geworden, ja. Und hab Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt. Und das hab ich halt parallel noch mit meiner Ausbildung gemacht. Also Gott sei Dank hab ich meine Ausbildung gemacht. Da bin ich so stolz drüber, dass ich sage, ich bin Boxer und hab eine Ausbildung. Digga, dein Ernst mit der Zigarette? Ach so, du meinst wegen Boxen, ne? Ja. Nicht so geil, ne? Eigentlich nicht, ne. Also dafür, dass wir morgen Sparring machen? Bier und Zigarette? Ja. Ja, das ist vielleicht nicht so cool. Na ja. Was soll ich sagen? Du hast ja Glück, dass du keinen Kampf machst. Na ja, ich mach ja morgen Sparring gegen dich so, ne? Bin ja schon ein bisschen gespannt, was mich da morgen erwartet. Na ja, da kannst du dich schon mal sicher sein. Alleine schon jetzt wegen deiner Kippe und dein Bier, da kannst du dich schon mal warm anziehen auf dem Körper. Ja. Das ist schon mal klar, ja. Ja, wir sonst machen wir locker. Aber, äh, also, wenn du der Meinung bist, du ruhst dich aus oder so, da knall ich an alles galt rein. Also, ich muss schon arbeiten. Also, ich will schon sehen, dass du ... Du kannst bei mir volle Lade reinhauen. Das ist kein Problem, weil das will ich auch sehen. Aber wenn ich merke, du ruhst dich aus, dann geh ich bei dir auf den Körper. Okay. Muss ich halt morgen auch nicht dicht machen, ne? Richtig, ja. Schön, also ... Und Kinn runter. Und Kinn runter, ne? Genau. Ja. So ist das. Ich wünsch dir morgen auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Hahaha. Heute bin ich Gast auf meiner eigenen Beerdigung. Viel zu aufgeregt bist du. Du musst doch Spaß haben. Stell dir mal vor, du hast einen WM-Kampf, dann kommst du mit so einer Laune da rein. Du musst dich doch freuen, boxen zu dürfen. Minimalziel, drei Runden stehen bleiben. Bist bereit? Action. Bleib dran. Geh rechts raus, Martin. Jawoll, hier lang, hier lang. Oder greif an, greif doch an. Keine Angst, Martin. Bleib dran, bleib dran. Bleib dran, bleib dran. Warum hörst du auf? Komm, du kannst nicht mehr. Ist die erste Runde. Zubleiben, zubleiben, nicht aufgeben. Komm, bist du zu. Geh vorwärts. Noch fünf Sekunden. Und steh, 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 Martin, steh. Rette dich über die Runde. Luft holen. Hab keine Angst, dreh dich nicht zur Seite weg. Mach zu und geh zur Seite, aber dreh dich nicht weg. Drehst du dich weg, ist Angst. Brauchen wir nicht, hast eh eine Woche trainiert. Du brauchst keine Angst haben. Komm, 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 bleib zu. Komm, weiter. Du hörst erst auf, wenn's klingelt. Weiter. Komm, 60 verfickte Sekunden, komm. Du lass ich dich nicht nach Hamburg. Du gehst die Runde noch. Meine Nase gebrochen? Fühlt sich komisch an. Nee, aber gleich, wenn du die Runde nicht gehst. Und vorwärts. Vorwärts. Jawoll, siehst du? Jawoll. 30 Sekunden. Endlich hast du mal Biss zu pfeifen. Komm. Jawoll. Das ist deine beste Runde. Weiter. Du kämpfst. Du, du. 20 Sekunden. Du bleibst ranne. Du kämpfst. Du kämpfst. Letzten 10. Sehr schön. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Und? Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? So verschieden wir auch sind, auf diese eine Sache hier können wir uns einigen. Harter Sport mit klaren Regeln. Außerhalb des Rings, da draußen in der Welt, wird es komplizierter. Für mich ist es hier nur ein Kick, ein blaues Auge. Eine gute Geschichte. Für Uwe und Lukas ist Boxen Existenzkampf.